Wir wollen keine Zeit schinden, denn wir haben viel mitzuteilen und wollen vor allen Dingen auch gerne hier mit dem Raum diskutieren. Deswegen herzlich willkommen in die Runde. Wir sind das Panel, was ich gerne mit euch und Ihnen allen über Desinformation austauschen möchte und vor allen Dingen auch die Frage stellen möchte, was weiß man denn eigentlich darüber aus der Erfahrung, aus der Wissenschaft, was da eigentlich hilft, was helfen könnte, welche Entwicklungen gibt es derzeit und wir wollen natürlich uns einmal das Phänomen als solches auch einmal anschauen. Vorab der Hinweis, wie vor jeder Veranstaltung in diesem Raum, da wir streamen und das hier übertragen wird, bitte wendet euch, wenn ihr eine Frage habt oder was beitragen wollt, einfach kurz irgendwie per Handzeichen an die vielen helfenden Hände hier im Umfeld. Es gibt Mikrofone, die dann rumgegeben werden können, sodass dann auch die ZuschauerInnen zu Hause das verstehen können, was gefragt wird und wir die Fragen nicht wiederholen müssen. Das hilft uns auch nochmal. Ja, und ansonsten kann ich hier nur einmal direkt beginnen und das Panel vorstellen, bevor wir in unsere Folien gehen und eben auch in den Regenaustausch, zu dem wir euch alle auch sehr, sehr herzlich einladen wollen. Also das Feld, also natürlich haben wir die Frage gestellt, was hilft gegen Desinformation, aber ich nehme jetzt nichts vorweg, wenn ich sage, an vielen Stellen weiß man das gar nicht so genau und man muss sehr stark immer auch auf Erfahrungswerte schauen und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auch ins Gespräch kommen, sehr gerne zu den entsprechenden Fragen. Also, mein Name ist Christina Elmer, ich arbeite an der TU Dortmund und darf mich dort dem Journalismus, im Digitalen vor allen Dingen und auch dem Datenjournalismus aus wissenschaftlicher Perspektive inzwischen nähern. Bin beim Netzwerk Recherche zweite Vorsitzende und war mal Datenjournalistin. Neben mir sitzt Theresa Dapp von der Deutschen Presseagentur, Leiterin der Faktencheck-Redaktion und ehemals Bundeskonsistentin und auch Washington, richtig? London. London, ach verdammt. Ja, so entstehen falsche Inhalte im Internet. Das Info gibt es in beiden Ländern. Aber ich glaube, wir haben es jetzt relativ schnell aufgelöst und sie haben alle gelacht, das heißt, sie haben jetzt eine emotionale, gute Beziehung zu der Auflösung des Fakes. Also, das ist schon mal ganz gut, das war nicht eingeübt. Neben Theresa sitzt Robert Nickel, Professor aus dem Bereich Electrical and Computer Engineering an der Buckner University in Louisburg in Pennsylvania, jetzt aber seit Oktober oder ab Oktober? Ab Oktober. Ab morgen. Gastwissenschaftler an der TU Berlin und dort in einem Projekt zusammen mit unter anderem Caroline Lindekamp bei Korrektiv. Das Projekt heißt No Fake. Es geht darum, Assistenzsysteme zu entwickeln, um eben Desinformationsbeiträge entsprechend schnell ausfindig identifizieren zu können, ausfindig machen zu können. Und ja, Caro arbeitet bei Korrektiv, leitet dort dieses Projekt No Fake und ist auch ausgebildete Journalistin, war vorher bei Newsguard, Medienanalystin und hat eben von da aus auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema. Gut, wir starten mit unseren Inputs und ich habe die schöne Ehre, da sozusagen euch einmal ganz kurz einen Überflug zu geben, worüber wir sprechen und auch, warum wir zum Beispiel unter anderem den Begriff Fake News heute wahrscheinlich eher selten benutzen werden, weil wir den Begriff Desinformation an der Stelle für sehr viel sinnvoller und hilfreicher halten. Natürlich auch, weil Fake News ja an vielen Stellen eben auch als Kampfbegriff benutzt wird. Das hier ist eine sehr schöne Definition für Desinformation. Das heißt, es geht immer darum, werden Informationen bewusst falsch online publiziert oder überhaupt publiziert, in die Welt gesetzt. Es gäbe ja auch die andere Möglichkeit, das seht ihr auf der rechten Seite, Malinformation, nämlich an der Stelle zum Beispiel das Doxing von privaten Informationen im Netz fällt dann so in diese Ecke. Misinformation auf der anderen Seite könnte auch eine Zeitungsente sozusagen sein, also eine versehentliche Falschmeldung. Aber hier geht es eben um die Kombination von beidem, was eben unter dem Begriff der Desinformation fällt. Das heißt, da ist die bewusste Absicht, Schaden anzurichten. Und ja, klar, erkennbare Satire zum Beispiel fällt dann eben auch nicht unter diesem Begriff. Ich habe nochmal dieses schöne Plurv-Schema mitgebracht, wo man auch immer ganz schön nochmal identifizieren kann. Aber dann natürlich eher so von der Seite der Narrative und der Logikfehler, die gemacht werden, worum es sich im Einzelfall jeweils handelt, kann ich sehr empfehlen. Es gibt einige oder am Ende sogar sehr, sehr viele kognitive Ursachen dafür, dass Menschen relativ anfällig sind für so bewusst gestreute und auch häufig mit sehr guten Narrativen ausgestattete falsche Inhalte im Netz. Auf der linken Seite, das müssen Sie jetzt gar nicht alles lesen können oder müsst ihr nicht lesen können, sondern geht es vor allen Dingen darum, einfach mal zu zeigen, es gibt sehr, sehr gut untersuchte Effekte, auf die das dann jeweils anspielt. Das heißt eben zum Beispiel, dass es sehr schwer fällt, sich von Glaubenssätzen zu lösen, die man einmal hatte, dass Informationen, die irgendwo reinspielen, wo schon ein bekanntes Narrativ sitzt, dann nochmal stärker wirken, dass man natürlich sehr stark auch abhängig ist von der sozialen Gruppe, in der man sich befindet und der Wirkung, die dann sozusagen nochmal so eine Desinformation haben kann. Also kann man auf der einen Seite unterscheiden, kognitiv gibt es einige Ansatzpunkte, das heißt so Verzerrungen, trügerische Wahrheiten, denen man unterliegt und auch ganz oft, und das taucht später nochmal bei uns auf, nämlich dieses Thema, die Fähigkeit zu kritischem Denken und die Frage der Quellenliteracy oder Media Literacy, mit der man natürlich hier auch gegenwirken kann. Und auf der anderen Seite sozioaffektive Strukturen oder Faktoren, die dazu führen, dass es da eben auch manchmal sehr schwer ist für Individuen, ja sozusagen schnell den nötigen Abstand zu einer Desinformationsnachricht zu bekommen. Schönes Beispiel von vor wenigen Wochen gab es den schönen Fake, dass die Simpsons den Tod der Queen vorhergesagt hatten. Also auf der unteren Seite sieht man das ein bisschen, es war ein Photoshop-Bild am Ende tatsächlich und es wäre tatsächlich ein so schönes und so stimmiges und so aufregendes Narrativ gewesen, sozusagen in das, das dann auch reingefallen ist, bei allem, was man schon weiß, was in den Simpsons schon so irgendwie angedeutet wurde. Ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, deswegen das Fragezeichen, was ist denn da aber in diesem Raum, den dieses wunderschöne Narrativ zurücklässt, wenn es denn erstmal sozusagen aufgeflogen ist. Also wenn ich jetzt also weiß, schade, das stimmt gar nicht, aber ich hatte es doch so schön, ich fand es doch so schön aufregend, dann ist da sozusagen so eine Leerstelle im Gehirn, um es mal so zu sagen. Man nennt das dann auch Lücken oder eine Lücke in einem mentalen Modell, die man dann wieder sozusagen schließen muss und auf der rechten Seite sieht man so eine schöne Grafik aus einer Studie dazu, das ist so die obere Reihe. Wir holen sozusagen die Desinformation aus dem Gehirn raus und da bleibt eine Leerstelle, was passt da denn jetzt rein? Und da ist natürlich immer das Problem mit einem sachlich sehr nüchteren Debunking und einfach einem Fact-Checking sozusagen in diese Lücke reinzugehen, kann unter Umständen die gar nicht ausfüllen, weil die vielleicht ganz anders emotional schon konnotiert war. Das heißt, das ist so eine Herausforderung, mit der wir da zu tun haben, auch damit, dass man natürlich vielleicht auch einfach einen sehr starken Fußabdruck von Desinformation hat, den man dann wieder reaktivieren kann, wenn man den dann nochmal wiederholt. Und natürlich das Thema mentale Abschirmung jetzt gerade auch unlängst auch häufiger zu beobachten, nämlich, dass man manchmal bei Personen, die sehr stark in ein bestimmtes Weltbild sozusagen sich eingespannt haben, Dass man da mit reinen Fakten manchmal gar nichts mehr machen kann, sondern erstmal sozusagen über den Weg der, ja, ich sag mal, mentalen oder emotionalen wertebasierten, sozusagen auf Gemeinsamkeiten basierenden Kommunikation sozusagen gehen müsste, um am Ende auch nochmal über die Fakten sprechen zu können, aber erstmal sozusagen dafür sorgen muss, dass diese Person sich da öffnet. Das heißt, da ist ganz schön viel los, was es zu überwinden gilt. Und es gibt da zwei wissenschaftlich unterschiedlich gut untersuchte Strategien, würde ich sagen. Es ist auch einfach wahnsinnig schwer, das gut zu untersuchen. Könnt ihr euch alle vorstellen. Man bräuchte ja eigentlich ein Setting, wo man das auch wirklich klar abgrenzen kann und richtig weiß, inwiefern die Testpersonen am Ende auch ihre Einstellung ändern. Und das Ganze bräuchte man aber auch in einem möglichst realitätsnahen Kontext. Und wenn ihr an soziale Netzwerke denkt, dann ist das ja manchmal ganz schön viel, was man nachbauen müsste, sozusagen. Und gar nicht so einfach. Das heißt, die beiden Strategien sind im Großen und Ganzen einmal das Reaktive, also das, was wir oder wo auch das Fact-Checking reinfällt und wo ihr auf der Grafik auf der rechten Seite schon diese Sandwich-Struktur nachgebaut seht, die dann immer empfohlen wird, nämlich, dass man quasi das, was widerlegt werden soll, die Desinformation, idealerweise quasi flankiert vorne und hinten mit den wahren Inhalten oder mit den Fakten, die dann tatsächlich stimmen, um eben da auch von beiden Seiten nochmal gegenzuwirken. Und das Rote ist eben dann auch nochmal eine Erklärung, welche Technik, welche Strategie wurde da angewandt. Auf der linken Seite geht es um das Thema Pre-Bunking, also was kann ich eigentlich Menschen mitgeben, damit die selbst auch in der Lage sind, nicht so leicht darauf reinzufallen, wenn sie mit Desinformation konfrontiert werden. Und da geht es zum Beispiel darum, im Vorab schon mal oder im Vorfeld zu erklären, mit welchen Strategien da gearbeitet wird, was eigentlich oder wie Fake News ganz häufig aufgebaut sind. Dazu gibt es gleich nochmal ein schönes Beispiel aus einer aktuellen Studie, aber ich kann so viel sagen für den rechten Bereich, also für die Frage, wie gut wirkt eigentlich Fact-Checking, gibt es, soweit ich weiß, bislang ein paar gute Metastudien, die sagen, es gibt da schon eine Wirkung, eine nachweisbare Wirkung, aber die ist eher moderat und die ist auch mit der Zeit schwächt die sich relativ schnell sozusagen ab. Aber man weiß zumindest, man kann davon ausgehen, es ist kein Wundermittel, aber es hilft. Bei dem Thema Pre-Bunking oder auch Impfen gegen Desinformation, so könnte man es eigentlich auch ganz gut übersetzen, gab es jetzt vor ein paar Wochen nochmal einen schönen Versuch. Tatsächlich auf YouTube, mit YouTube zusammen wurden dort fünf verschiedene Videos einfach eingespielt. Ich glaube, 22.000 NutzerInnen waren dann daran sozusagen beteiligt und haben diese Videos gesehen und danach tatsächlich messbar besser einschätzen können, ob Desinformation, Desinformation ist. Und das waren schon ein paar Prozentpunkte, wo man irgendwie so das Gefühl hat, okay, das könnte in die Richtung vielleicht ein guter Pfad sein, den man da verfolgt. Und die beiden Beispiele rechts, die zeigen ganz schön, worum es da ging, zum Beispiel eben Incoherence oder Ad-Hominem Attacks, die dann Teil der Narrative häufig sind und die dann eben im Anschluss auch deutlich besser erkannt wurden. Also da immerhin jetzt zunehmend auch Belege, dass es auch gut wäre oder sehr hilfreich sein könnte, im Vorfeld in die Richtung zu arbeiten. Und damit übergebe ich an Theresa. Ich kann hier eigentlich, komme ich ja auch ran. Du kommst ran, ja. Nehmen wir ruhig das. Nehmen wir auch dein Mikro. Ich mich ohnehin ein wenig hier rüber beuge zum Computer. Ja, Theresa Dapp, seit einem Jahr leite ich die Faktencheck-Redaktion der dpa, die es seit 2019 gibt. Und was wir machen, erzähle ich gleich ein bisschen in der Präsentation, deswegen halte ich es jetzt auch so kurz. Nachdem Christina gerade die Theorie uns vermittelt hat, wird es jetzt praktisch. Obwohl hier der Raum wahrscheinlich zum größten Teil mit Journalistinnen und Journalisten besetzt ist, würde ich gerne das Format Faktencheck mal mit euch anschauen. Und was es eigentlich ist oder sein sollte, so wie wir hier drüber sprechen, im Kampf gegen Desinformation. Und ich tue das aus der Sicht der dpa, meiner Redaktion. Wir haben natürlich die Aufgabe, die anderen dpa-Redaktionen im Alltag zu unterstützen mit Verifikation und Recherche. Aber wir kooperieren auch mit, ich habe es hier vier Plattformen genannt, ich weiß schon, Facebook und WhatsApp, ja. Es sind aber unterschiedliche Dinge, die wir da machen. Wir sind Teil des Faktencheck-Programms, das weltweiten von Facebook, wie Korrektiv auch. Wir haben einen WhatsApp-Service für Bürgerinnen und Bürger, wo sie uns direkt Fragen stellen können und Antworten bekommen. Wir Faktenchecken-Videos auf TikTok und wir haben eine Kooperation mit der Google News Initiative, über die wir Journalistinnen und Journalisten im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz und Deutschland, Schulen in Verification, digitaler Recherche. Also schlicht im Faktenchecken eigentlich. Das Wort Faktencheck, das passt eigentlich nicht so richtig. Eigentlich ist es ein Behauptungscheck. Ich glaube, man hat vor, weiß ich nicht, 2016 vielleicht unter Faktencheck auch was anderes verstanden. Das, was klassische Doku-Abteilungen machen, schauen, stimmt das eigentlich, was die AutorInnen hier geschrieben haben. Gibt es ja auch noch diese Aufgabe, aber der Faktencheck, wie wir ihn hier verstehen, das ist, ich nehme mir eine Behauptung her und frage, stimmt die eigentlich? Ich habe drei wichtige Regeln fürs Faktenchecken mir rausgesucht, sozusagen goldene Regeln in meinen Augen, über die ich hier ganz kurz sprechen möchte. Und es hätten genauso gut zehn oder zwanzig Regeln sein können, aber sowas wie Überparteilichkeit oder dass man gründlich recherchiert, das setze ich mal als gegeben voraus. Deswegen sind es nur drei. Die erste, checke nur Faktenbehauptungen. Das klingt erstmal ganz selbstverständlich und einfach, aber tatsächlich verbringen wir im Team manchmal viel Zeit damit, zu überlegen bei einzelnen Claims, wie wir diese Behauptung nennen. Ist das eigentlich Meinung? Kann man das checken? Oder ist das eine, ja, wir nennen es Faktenbehauptung, ist kein so schönes Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Also die Behauptung, so ist es und nicht anders, sodass wir es Faktenchecken können. Und ein Beispiel, wie ich es nicht so gut finde, das hier ist die deutsche Vertretung der EU-Kommission, also in Deutschland, haben die auf der Seite unter der Überschrift Faktencheck stehen. Und sowas wie Brüssel hat zu viel Machtfülle. Was ist zu viel Machtfülle? Das kann man nicht definieren, das kann man auch nicht Fakten checken. Natürlich zu sagen, das ist ein Mythos und das ist eigentlich ganz anders, ist deren gutes Recht. Es ist aber in meinen Augen alles andere als ein Faktencheck. Auch Verwaltungsmoloch ist kein Begriff, den ich für checkbar halte. Demokratiedefizit auch nicht. Wenn da stünde, die EU hat noch nie irgendeine Regelung verabschiedet, die auch gewirkt hat, das könnte man dann Fakten checken, das wäre eine Faktenbehauptung. Argumentiere transparent. Klingt auch erstmal wie ein No-Brainer. Ich meine damit in unserem Fall zum Beispiel, das hier ist die Linksammlung unter einem unserer jüngsten Faktenchecks. Ihr seht, die ist sehr, sehr lang. Und da wird tatsächlich jeder Arbeitsschritt, der sich online dokumentieren lässt, alles, was recherchiert wurde, verlinkt. Und so, dass die Leserin, der Leser, wenn er sie oder möchte, das nachvollziehen kann. Und zwar sowohl als Live-Links, also ganz normale Links drunter gesetzt, als auch in archivierten Versionen. Wir archivieren alles, was wir können in Internetarchiven, wie der Wayback Machine zum Beispiel oder anderen. Weil dann auch, wenn die Seite offline geht oder das Posting gelöscht wird oder so, man immer noch die Argumentation nachvollziehen kann und die Beweisführung. Zum transparenten Argumentieren gehört auch, natürlich kann man nicht jede Quelle verlinken. Wenn man mit Pressestellen telefoniert oder so, geht das nicht. Aber auch das dann ganz deutlich zu machen, aus meiner Sicht haben unter zwei Informationen, wo irgendwie nicht klar ist, wo die herkommen, eigentlich im Faktencheck nichts verloren. Es kann da mal Ausnahmen geben, in besonderen Fällen. Aber grundsätzlich ist das Besondere an einem Faktencheck im Vergleich zu anderen Formaten journalistischen, in denen es manchmal nicht anders geht, dass die Leser tatsächlich alles nachvollziehen können sollen, wenn sie möchten. Und die dritte Regel, schreibe verständlich, ja gut, gilt für jedes journalistische Format, stimmt. Im Faktencheck finde ich es aber nochmal auf eine andere Weise besonders wichtig, weil wir ja oft sehr komplexe Themen behandeln oder so gutachterlich daherkommen. Die Frage, stimmt das, zu beantworten, ist eben manchmal sehr kompliziert. Und da auf einigermaßen verständliche, einfache Sprache zu achten, es so barrierefrei wie möglich zu formulieren, hilft vielleicht bei der Verbreitung und der Wirksamkeit auch der Faktenchecks. Und es gehört noch was anderes dazu. Ich denke, wir sollten uns keine Illusionen machen, dass die allermeisten Menschen nur die Überschrift lesen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, noch den Teaser. Insgesamt im Journalismus, aber im Faktencheck erst recht. Deswegen, das ist, was bei Christina gerade auch vorkam, Truth Sandwich, nicht mit der Lüge anfangen, sondern mit der Wahrheit. Also ist die Erde flach? Fragezeichen und man liest nur das, dann bleibt hängen, irgendwas war doch mit Erde und flach. Nee, wir schreiben in die Überschrift, die Erde ist rund oder von mir aus, deswegen ist die Erde übrigens nicht flach. Aber am besten, die Erde ist rund, den Fakt gleich in die Überschrift und in den Teaser, sodass es da keine Missverständnisse geben kann. Es gibt natürlich viel Kritik am Format Faktencheck und das finde ich grundsätzlich auch gut so. Es ist ja wichtig, dass Journalisten sich gegenseitig und auch andere uns unserer Zunft auf die Finger schauen. Aber eine Kritik ärgert mich immer sehr und zwar, wenn das aus der Richtung kommt, Fakten gibt es ja in dem Sinn eigentlich gar nicht oder wir können sie nicht kennen. Natürlich ist das in manchen Fällen so, ja. Aber es ist auch eine klassische Desinfostrategie. Ich erzähle dir irgendeinen Mist, du musst den überhaupt nicht glauben, aber bei dir bleibt hängen, da irgendwie stimmt doch was nicht. Die Leute sind verunsichert und denken, naja, okay, vielleicht können wir die Wahrheit einfach gar nicht wissen. Und warum das nicht so ist und wir sie eben doch kennen können, will ich zeigen mit einem kleinen, mit einer kleinen Überblick über Dinge, die wir so tun, ist natürlich wirklich nur eine kleine Auswahl. Also zum Beispiel die Fotorückwärtssuche, die ist so einfach, das sind zwei Klicks, eigentlich kann das jeder machen. Und dann weiß ich eben, wenn die Behauptung ist, die Medien unterschlagen hier dieses Bild der Bauernproteste in den Niederlanden, das will keiner zeigen. Nee, das Bild ist drei Jahre alt, das unterschlägt hier niemand, das sind nicht die Bauernproteste im Moment. Oder Fotoanalyse, da gibt es ganz verschiedene Tools, die dann zeigen, das ist natürlich dann ein bisschen fortgeschrittener, aber an der Stelle ist die Pixelqualität eine andere als im Rest vom Bild. Ist auch nicht so schwierig zu bedienen eigentlich. Und dann kann ich ahnen, dieses angebliche Foto eines russenfeindlichen Aufklebers in Auschwitz, das ist eine Fotomontage. Diesen Aufkleber gab es gar nicht. Deolocation ist natürlich eine ganze Wissenschaft für sich, rausfinden über kleine Details, wo wurde was aufgenommen. Da kann man unglaublich viele Informationen rausziehen. Aber dann sieht man eben, diese finnischen Panzer, die fahren nicht Richtung russische Grenze, wie in der Überschrift steht, sondern die fahren genau in die andere Richtung, wo zufällig eine Übung stattgefunden hat. Kann ich anhand des Videos, wenn ich sehe, was ist die Stadt, wie sind da die Himmelsrichtungen, bestimmen. Inhalte vollständig sichten, das kann nun auch echt wieder jeder. Mir das ganze Video angucken, mir den ganzen Text durchlesen, wenn nur ein Ausschnitt präsentiert ist, dann weiß ich, dass Habeck hat zwar wirklich von dusseligen Fehlern gesprochen, die er macht, aber das war Teil eines Interviews von 2019 und er hat das auch nicht irgendwie aus Versehen gesagt oder so. Das ist jetzt gerade ein ganz aktueller Fall. Und warum nicht mal selber ausprobieren? Corona-Tests funktionieren angeblich auch mit Leitungswasser. Also entweder ist da Corona drin oder das ist alles Schmuh. Nee, zu Hause ausprobiert, wenn man sie richtig anwendet, funktionieren sie eben nicht mit Leitungswasser. Ganz einfach. Und in größere Starbucks-Becher passt mehr Kaffee rein als in kleinere Becher. Überraschung. Für euch getestet. Ist das jetzt wahr? Ja, genau. Also das sind Dinge, die wir tun und man merkt, da muss man dann, das ist nicht Ansichtssache, sondern wir können wissen, stimmt so. Hier geht es weiter. Ja, Faktenchecks wirken, hat Christina gerade schon gesagt, in einem begrenzten Maß. Aber sie haben Wirkung und natürlich haben sie aber auch Grenzen. Ein Problem ist, dass die Desinformation eingängiger ist als der Faktencheck in der Regel. Das sind griffige Behauptungen, ganz kurz präsentiert. Die müssen ja auch, die bedürfen keines Beweises. Das werfe ich einfach mal so hin. Das bleibt dann hängen. Und der Faktencheck, der kommt dann so lange daher und das irgendwie kompliziert. Und man muss die Links anklicken, wenn man wirklich überzeugt sein will. Klar, das bleibt einfach nicht so gut hängen. Umso wichtiger, dass wir sie gut und griffig formulieren und Formate finden, die vielleicht eingängig sind. Faktenchecks kommen zeitlich, logisch. Deswegen ist es nicht das Pre-Bunking, sondern das Debunking immer nach der Falschbehauptung und immer zu spät. Es gibt immer Leute, die die Falschbehauptung schon ohne den zugehörigen Faktencheck konsumiert und gesehen haben. Texte werden nicht gelesen, habe ich schon gesagt. Nicht nur, weil die Leute das nicht wollen, weil sie gar nicht überzeugt werden wollen, was natürlich ein großer Faktor ist, sondern teilweise auch nicht können. Es gibt sprachliche Barrieren, Texte sind schwierig und der Trend geht nicht dazu, lange Texte zu lesen beim Medienkonsum. Und ein Punkt, wer Behörden und ExpertInnen nicht mehr glaubt, der glaubt natürlich auch keinem Faktencheck. Also wenn ich alle Quellen, die die Faktenchecke heranziehen können, offizielle Zahlen, wissenschaftliche Expertise, wenn ich die alle für falsch halte, dann hilft mir ein Faktencheck nicht. Vielleicht noch eine Fotorückwärtssuche, aber die Erklärung einer Corona-Nebenwirkungsstatistik, die werde ich dann auf jeden Fall für Schmuh halten. Und deswegen gibt es noch andere Ansätze. Das ist mein Übergang zu Caro, wie man es noch machen kann. Ich bin Caro, ich sitze hier für Korrektiv, aber ihr seht schon, wenn es so viele Logos gibt, dann handelt es sich um Kooperation, Schnittstellen, Projekte und in genauso einem arbeite ich. Wir kooperieren in dem Projekt, bei dem ich für Korrektiv verantwortlich bin, mit einigen Hochschulinstituten und auch so viele Logos weisen gerne mal auf Drittmittelförderung hin. Deswegen herzlichen Dank an das Bildungsministerium, das unser Projekt NoFake finanziert für die Anfangsphase. Ich bin angedockt bei Korrektiv an das Faktencheck-Team und wir sind eine eigenständige Redaktion bei Korrektiv mit mittlerweile zwölf, ab nächster Woche dreizehn, Journalisten und Journalistinnen. Und Theresa hat schon eine super Vorlage gemacht, weil es gibt einiges, wo sich die Arbeit, glaube ich, kann ich sagen, von DPA, also von deinem Verification-Team und von uns vom Faktencheck-Team sehr überschneidet, was die Arbeitsweisen angeht. Es gibt auch viele Netzwerke und Kooperationen, in denen sowohl DPA als auch Korrektiv-Faktencheck mit drin sind. Beispielsweise das IFCN oder jetzt gerade relativ neu gegründet, das European Fact-Checking Standards Network. Und ich komme gleich auch nochmal darauf zu sprechen, wie wichtig ich Kollaboration in dem Bereich finde. Genau, das ist, also Theresa hat euch super vorgestellt, wie es funktioniert beim Faktencheck. Das ist auch vielleicht einfach nochmal ein Hinweis darauf, wie komplex das ganze Thema ist. Das ist unsere Bewertungsskala. Also es ist leider nicht dieses wahr-unwahr-Ding, sondern wir haben elf Label, nachdem wir Behauptungen bewerten. Und das geht natürlich von richtig bis frei erfunden, aber auch solche Sachen wie falsche Überschrift, Stichwort Leute lesen Texte nicht zu Ende. Besonders schwierig finde ich immer die Faktenchecks zu fehlendem oder falschem Kontext. Sprich, ich habe eine seriöse Quelle, eine auch durchaus belegte Zahl, aber die setzt sich dann in den falschen Kontext. Da haben wir dann im Vergleich zum Verschwörungstheoretiker den Nachteil, dass wir tatsächlich die ganze Studie dann lesen müssen und zeitlich wieder hinterher hinken. Genau. Und ja, wir sind bei Korrektiv. Wir mögen gerne Kollaboration. Und was anderes, was wir auch gerne machen, ist Crowdsourcing. Ich komme gleich nochmal auf ein Beispiel von Kollegen auch. Aber das ist auch so ein bisschen wie der WhatsApp-Chatbot, auf den du verwiesen hast. Wenn wir das Monitoring machen, ziehen wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kanälen mit ein. Da gehören zum Beispiel oder ganz vorne mit natürlich die Social Media zu, über die sich viele Desinformationen verbreiten und die dann einzelne Kollegen von uns im Blick haben und sich in einschlägige Telegram-Gruppen einnisten und so weiter, um halt Desinformationen zu finden. Und was bei uns tatsächlich auch eine wichtige Quelle sind, sind halt unsere User und Userinnen. Die können einmal über den Crowd-Newsroom, das ist ja der Screenshot, den ihr auf der Folie sieht, oder zum Beispiel über unsere WhatsApp-Nummer Desinformationen bei uns sozusagen oder potenzielle Desinformationen für Faktenchecks vorschlagen. Und zum einen hilft uns das halt einfach, mehr potenzielles Material zu finden. Zum anderen ist es aber auch so wichtig, weil wo verbreiten sich Desinformationen, wo begegnen sie uns? Das kann halt in den Social Media sein, in, weiß ich nicht, was einfach vorne ganz öffentlich auf meiner Timeline aufpoppt. Es spielt sich aber mehr und mehr zum einen in geschlossenen Gruppen ab oder was vielleicht auch einige kennen, wenn man dann irgendwie von der Tante, von der man gar nicht wusste, dass die sehr politisch ist, auf einmal irgendwelche Kettenbriefe per WhatsApp bekommt. Und das sind halt Informationen. Ich meine, ich denke mir, ich bin auch so ein bisschen, dass ich in meiner Bubble lebe, so wie man das jetzt hier vielleicht auch heute ganz gut gemerkt hat, wenn man auf einmal wieder so viele Journalisten trifft, die man schon kennt. Aber selbst bei mir war zum Beispiel bei der Bundestagswahl, dass ich dann auch irgendwelche Desinformationen tatsächlich von Verwandten per WhatsApp bekommen habe. Und die können wir halt so anzapfen. Genau. Crowdsourcing machen wir bei Korrektiv auch in ganz anderen Bereichen. Wem gehört die Stadt? Das ist vielleicht eine relativ prominente Recherche, die auch einige kennen, wo viele Nutzer uns halt sozusagen Quellen gegeben haben für ein tolles Beispiel für Datenjournalismus. Und wir wollen jetzt halt in NoFake, in einem besagten Projekt, für das ich zuständig bin, wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Danke für die Hilfe. Genau. Und wollen halt vom Crowdsourcing zur Peer Production gehen. Das sind jetzt ein paar englische Definitionen. Und ich kann das nachher mal hochladen, wenn das irgendjemand im Detail nochmal interessiert, die Quellen, die halt hinter diesen Konzepten stehen. Aber die Idee ist halt, dass wir jetzt halt nicht nur die User und Userinnen in den Bereich Monitoring integrieren, sondern auch darüber hinausgehen. Also zum einen merken wir halt, dass es ein großes Interesse an dem Thema gibt und dass das Thema auch viele Leute ärgert und die Lust haben, auch mehr dagegen zu machen. Und das andere ist auch, dass wir als Faktenchecker halt gar nicht hinterherkommen. Und deswegen schauen wir einfach, okay, was kann man denn einfach mal anderes versuchen. Und die Idee ist halt, Peer Production, also jetzt nicht nur zu schauen, wie können wir mehr Quellen ranschaffen, sondern zu sagen, wie können wir User und Userinnen auch in den kompletten Faktencheckprozess integrieren. Und was ihr hinten sieht, dieses Beispiel, das sind im Prinzip die unterschiedlichen Schritte, die es in diesem Prozess gibt, also vom Monitoring, dann nach den ganzen Claims, die eingegangen sind, das alles zu selektieren. Dann der Hauptteil, was halt die Redaktion ist, also der eigentliche Debunkingprozess inklusive Schreiben und Proofreading. Und dann kommt halt Publikation plus Distribution in diesem verzweifelten Versuchen, ähnliche Reichweite zu bekommen mit Faktenchecks, wie sie auch Desinformationen haben. Und die Idee ist jetzt, wir haben natürlich sowas wie Monitoring und Distribution, und das teilt sich natürlich irgendwie auf viele Personen aus. Aber was wir im Faktencheck-Team halt machen, ist eigentlich, wenn es einmal die Entscheidung gibt und so eine grobe Tendenz, wie wir eine potenzielle Desinformation bewerten, haben wir in der Regel einen Journalist, eine Journalistin, die sich halt mit dem redaktionalen Teil befasst und dann Sechs-Augen-Prinzip fürs Gegenlesen. Und die Idee ist jetzt, dass wir halt sozusagen eine Crowd, eine Community aus Ehrenamtlichen schaffen und gucken, wie können wir diesen Faktencheck-Prozess möglichst in kleine Tasks runterbrechen, dass man den halt kollaborativ von Laien sozusagen erledigen lassen kann. Und das ist halt der Schritt, sage ich mal, vom Crowdsourcing zur Peer-Production im Prinzip. Genau, und hier geht jetzt nochmal weiter mit so ein paar wissenschaftlichen Texten, aber ich finde, dass das einfach ganz gut dazu passt, weil ich habe halt, wenn ich diesen Produktionsaspekt mir anschaue, also wirklich dieses, ich möchte halt am Ende ein Produkt haben, sprich in unserem Fall halt einen Faktencheck, idealerweise ein Artikel oder zumindest eine Quellensammlung, die das Ganze irgendwie einordnet, kommen dann natürlich auch praktische Herausforderungen mit. Als erstes gehört dazu die Motivation. Also finde ich überhaupt Leute, die da Bock drauf haben und auch Lust haben, diesen manchmal auch ein bisschen verzweifelten Prozess durchzustehen und dass die dann auch dabei bleiben. Finde ich auch Leute, die wirklich auch vielleicht so ein bisschen Diversität darstellen und habe nicht nachher so eine alte weiße Männer-Bias in meiner Community. Das Ganze muss halt auch koordiniert werden. Also wie bringe ich diese Leute überhaupt zusammen, dass die auch wirklich effizient arbeiten können, dass sie sich gut verstehen, dass sie dabei Spaß haben. Und wie kriege ich das dann auch hin? Weil wir arbeiten zwar mit Laien zusammen, aber das geht halt trotzdem nicht, dass wir jetzt unsere Standards deswegen heruntersetzen. Also letztlich den letztlichen Output, den wir haben, der muss halt die gleichen professionellen Standards erfüllen, die wir sonst auch bei Faktenchecks haben. Weil das ist auch, ich meine, ich komme aus dem Journalismus und das ist tatsächlich in dieser Rolle zu sein, halt andere Leute zu bewerten, das schafft irgendwie, finde ich, auch nochmal einen anderen Druck. Also wir haben natürlich die gleichen Ansprüche wie auch im Journalismus, aber man ist trotzdem, finde ich, irgendwie, weiß nicht, das ist eher so ein emotionales Ding vielleicht, dass man schon in einer anderen Rolle ist. Und das, finde ich, geht halt nur, wenn man sich wirklich auch ganz rigoros an diese Standards hält. Und die muss ich dann auch zusehen, wie kann ich das halt Leuten vermitteln, die vielleicht auch in so ein Projekt reingehen, weil sie letztlich ihre Partikularinteressen vertreten wollen. Also weil sie zum Beispiel sagen, ich weiß, wie schlimm der Klimawandel ist und ich möchte irgendwas machen gegen Klimawandelleugner beispielsweise. Genau. Und dieses Projekt mit der Peer Production finde ich aber auch sehr passend, weil das Ganze hat noch eine zweite Dimension, nämlich, also in dem Originaltext heißt es Virtue. Ich finde eigentlich, wenn wir im Bereich Journalismus sind, finde ich Essex ist eigentlich der passendere Begriff. Und was es halt sagt, ist, dass wenn ich eine Gruppe habe von Leuten, die halt ihr Virtue, also ihr ethical behavior sozusagen leben, dass das deren Einstellung in dem Bereich verstärkt und idealerweise tragen sie das dann halt auch in ihr eigenes Umfeld rein. Und das passt halt ganz gut, weil wir haben zum einen in dem Projekt halt diesen Aspekt sozusagen Output zu schaffen und damit idealerweise halt auch Faktenchecks so ein bisschen abzuscalen. Aber das andere ist halt auch, dass das Ganze letztlich auch ein Media Literacy Projekt ist. Also im Prinzip, dass man halt Nachrichtenkompetenz oder Medienkompetenzbildung schafft. Und das ist halt ein total großes Thema. Wir haben auch innerhalb von Korrektiv haben wir halt einige Projekte in dem Bereich. Theresa hat gerade schon gesagt, die PA macht auch einiges. Und wenn man mal guckt, da passiert halt, es ist halt fast ja so ein bisschen ein Hype-Thema, da passiert halt total viel. Und es gibt auch sehr viele coole Initiativen, finde ich. Gleichzeitig ist aber auch immer die Frage, bringt das eigentlich was? Und was bringt überhaupt wirklich was? Weil ich meine, was ich zum Beispiel auch oft mache, dass ich dann irgendwo hingehe und dann mache ich so zwei Stunden Workshop und zeige den Leuten mal hier, es gibt Bilder Rückwärtssuche und schaut doch mal ein bisschen genauer auf Quellen. Und das sensibilisiert Leute natürlich. Und das hilft auch. Aber was ich halt denke, und da kann man, glaube ich, auch einfach aus der Erfahrung sprechen, ich lerne halt am besten in der Problemlösung. Und wenn ich mich mal wirklich regelmäßig vielleicht sogar durch so einen kompletten Faktencheck prügel, ist das vielleicht, weiß nicht, eine besonders effiziente Art von Medienkompetenz-Training. Genau. Und jetzt ist noch die Frage, wie ist das Ganze möglich? Wo kommt das alles zusammen? Ich hatte vorhin das Beispiel, von wem gehört die Stadt? Das läuft bei uns über das Tool Crowd Newsroom. Und ich meine, wenn ich Leute irgendwie dezentral organisieren möchte, ist so eine Plattform ziemlich hilfreich. Und genau die wollen wir halt im No-Fake-Projekt aufbauen. Das Ganze soll nachher Faktenforum heißen. Immerhin den Namen haben wir schon mal. Ansonsten haben wir leider noch nicht so viel. Und genau. Und die Idee ist halt wirklich, weil ich muss halt überlegen, wie kriege ich das halt hin, dass die Leute zusammenkommen. Und das soll halt auf dieser Plattform funktionieren. Und ich glaube, was man da halt nicht aus dem Blick verlieren darf. Wir sind halt Journalisten und wir haben alle irgendwie ein CMS und in unseren Redaktionen halt irgendwelche Organisationstools und Kommunikationstools. Aber ich glaube, wenn wir jetzt halt so eine Plattform für zunächst Ehrenamtliche entwickeln, ist es halt echt wichtig, dass das auch Spaß macht. Also dass das so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht so ein Facebook-für-Line-Fakten-Checker ist. Sprich, es ist halt total wichtig, dass wir eine schöne User Experience haben, dass die Leute auch wirklich intuitiv durch diesen Faktencheck-Prozess durchkommen. Vielleicht nochmal der Hinweis auf die alten weißen Männer. Also das war jetzt gerade so ein bisschen negativ mit Blick auf Bias. Aber tatsächlich ist halt auch, wenn man eine Umfrage gemacht, ist halt die Frage, wer hat überhaupt Ressourcen, sich regelmäßig bei so einem Projekt einzubringen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das und jetzt im positiven Sinne halt engagierte Senioren sind beispielsweise. Aber das sind jetzt halt nicht unbedingt die Digital Natives, die andauernd auf irgendwelchen Plattformen unterwegs sind. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass wir eine Plattform haben, die auch wirklich gut durchdacht ist und dass man echt so ein bisschen intuitiv durch diesen ganzen Prozess auch durchkommt. Und gleichzeitig, dass es halt eine Plattform gibt, die auch diesen Community-Aspekt so ein bisschen lebt. Also, dass ich Kommunikationsfunktionen habe, dass es Austauschfunktionen gibt, vielleicht auch ein paar Gamification-Elemente, dass das Ganze irgendwie Spaß macht. Genau, und das ist halt sozusagen die eine große Herausforderung, die wir im Projekt haben. Und da kommt dann auch so ein bisschen halt das Team zur Sprache. Zum einen ist das Team sehr cool und macht, dass das Projekt sehr viel Spaß macht. Wir haben halt einmal sozusagen Korrektiv, da bin ich. Und wir haben bald zwei Kollegen, die sich mit dem Community-Management und Building befassen. Rechts sind unsere beiden UX-Designer, die hoffentlich bald auch noch Unterstützung von dem Fragezeichen bekommen. Das soll dann ein sehr fähiger Developer sein. Falls jemand einen irgendwo im Besenschrank stehen hat, dafür suchen, händeringend. Genau, dann unten vom IJ sozusagen Kollegen von Christina, die beraten uns ein bisschen, wenn es um zum Beispiel Haftungsfragen geht. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn Laien bei uns auf der Plattform Texte machen? Und dann kommen die Leute, die sich mit diesen Themen befassen, wo ich als Journalist eigentlich gar keine Ahnung von habe, was aber, glaube ich, im Journalismus allgemein und auch bei uns im Projekt immer wichtiger wird. Einmal das Team von Dorothea Kolosser, zu dem auch Robert gehört. Die befassen sich mit Machine Learning im Bereich Signal Processing und unten das Team von Tatjana Schäffler, NLP-Engineers im Prinzip, die sich mit Sprachmustern zum Beispiel von Desinformationen befassen. Und deswegen auch nochmal zurück, ganz zum Anfang. Ich habe gesagt, Kollaboration finden wir eh sehr schön bei Korrektiv. Und ich glaube, dass das Beispiel Desinformationen das tatsächlich nochmal ganz anders vorführt. Weil wenn wir mal gucken, wir haben jetzt halt Leute, ich sage mal Korrektive sind sozusagen der Praxispartner, dann Medienrechtsschnittstelle, Kommunikationswissenschaften und halt Informatiker mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das zeigt uns, glaube ich, auch nochmal wie komplex dieses ganze Problem Desinformation ist. Und dass es vielleicht auch in Kombination halt durch die Plattform und wie sich Desinformationen verbreiten, auch ein Thema ist, dass wir mit unseren eingeübten Konzepten, mit denen sich vielleicht vorher halt einzelne Fachdisziplinen befassen konnten, dem gar nicht mehr hinterherkommen. Also dass es wirklich halt auch wichtig ist, diese Schnittstellenprojekte zu haben. Und genau, ich komme halt aus dem Journalismus. Ich habe irgendwie Schreiben gelernt und kann auch einen Computer an- und ausmachen. Aber das ist halt trotzdem, ich meine, wenn wir dann auch von Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz sprechen, ist das halt erstmal, das klingt dann so groß. Und ich habe aber den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel mit Robert zusammen in einem Team bin und der das Ganze halt mal dann runter bricht und dann, okay, das ist eigentlich, eigentlich sind es nur statistische Verfahren, die äußerst komplex sind, die ich gar nicht so verstehe. Aber dann manchmal, wenn ich nichts verstehe, kann ich mich zum Beispiel an Robert wenden und er holt mir das Ganze dann aus der Blackbox und ich lerne sehr viel. Und damit würde ich einfach mal sozusagen an den Kollegen übergeben, weil das ist sozusagen die dritte Baustelle neben dem Development und dem Community-Aufbau und Management ist, dass wir halt im Projekt Machine Learning-basierte Assistenztools entwickeln sollen, die den ganzen Faktencheck-Prozess ein bisschen unterstützen. Und wie das funktioniert, sagt Robert. Ja, hallo zusammen. Kann man mich gut hören? Ja, okay. Ja, Robert Nickel. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin kein Journalist oder Rechtswissenschaftler, ich bin Ingenieur und bin da so ein bisschen eine Oddity hier in der Konferenz, glaube ich. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier eingeladen worden bin, auch ein bisschen was über künstliche Intelligenz zu sagen. Einfach, um den Zusammenhang nochmal zusammenzufassen. Desinformation existiert schneller und vielfältiger, als dass die ganzen Journalisten der Welt schnell nachhaken könnten. Das heißt, da ist so ein Skalierungsproblem. Das heißt, das gibt mehr Desinformation, als man das wirklich mit Handarbeit nacharbeiten kann. Und dann ist natürlich die Frage, kann man das irgendwie in Schranken weisen? Und eine Möglichkeit ist das, was Caro jetzt schon vorgestellt hat, die Idee, dass man mit Crowdworking arbeitet. Und natürlich die andere Möglichkeit ist, kann man technische Lösungen versuchen zu generieren? Und da ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz genau das, worum es geht. Die künstliche Intelligenz, das wurde eben schon ein bisschen angeschnitten, hat immer so das Problem, dass es so ein bisschen mystisch klingt. So nach dem Motto, ja, da machen Ingenieure irgendwas und dann kommt da irgendwas hintenbei raus. Und das würde ich gerne ein bisschen entkräften heute, also demystifizieren. Da ist gar nichts komisch an KI, das ist eigentlich ganz einfach. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen und dann auch darauf hinaus dann auch ein bisschen darauf zu arbeiten, was nötig ist, um das vielleicht in die Wege zu leiten. Ich habe hier, welcher Knopf ist das? Mal einen kleinen Blick auf die KI- und Fact-Tracking-Landscape. Das sind jetzt so ein paar Unternehmen und Organisationen, die sich in dem Bereich betätigen, aufgelistet. Das sind bei weitem nicht alle, da gibt es viel mehr noch. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich heute gerne machen würde, ist, dass KI nicht in der Isolation lebt, sondern KI ist eigentlich eine Sache, die innerhalb eines Ökosystems irgendwie funktionieren muss. Das heißt, das ist nicht nur irgendwelche Ingenieure, die irgendwas zusammen machen und dann schnippen die mit dem Finger und dann plötzlich funktioniert das, sondern das braucht wirklich Kooperation, und zwar Kooperation von vielen, vielen Leuten. Und das wird oft einfach übersehen. Und um das ein bisschen was Bester zu erklären, habe ich mir vorgenommen, heute mal innerhalb von zwei, drei Minuten Ihnen zu erklären, wie KI funktioniert. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir werden das trotzdem mal probieren hier. Mal sehen, ob das hinkommt. Also das ist, glaube ich, am besten mal mit einem Beispiel erklärt. Und das Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, ist Sentimentanalyse. Das heißt, man nimmt an, man kriegt einen Satz und möchte von dem Satz entscheiden, ist das hier ein positiv gemeinter Satz oder ist das ein negativ gemeinter Satz. Jetzt habe ich hier zwei Beispiele. Das eine Beispiele, das Sushi von Sakura gestern hat wieder ins Schwarze getroffen. Und der andere Satz, der Film anschließend, war allerdings eher GAN-mäßig oder GAN-maßig. Das ist nicht mal ein deutsches Wort. Das ist irgendwie Tippfehler oder irgendwas, hat sich da in einer was zusammengebaut. So, jetzt ist die Frage, kann ein Computer entscheiden, ob der eine, welche von den Sätzen jetzt positiv gemeint ist und welche von den Sätzen jetzt negativ gemeint ist. Und das passiert in einem fünf, innerhalb von fünf Schritten. Und wir gehen jetzt so durch die einzelnen Schritte mal durch. Der erste Schritt ist, dass man viele, viele von diesen Daten sammeln muss. Das heißt, man braucht also nicht nur 10, 20, man braucht Hunderte, Tausende von diesen Sätzen, die man dann in irgendeiner Form einsammelt. Der nächste Schritt ist die Annotation. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der oft übersehen wird. Das heißt also, nicht nur braucht man diese Sätze, da muss sich jetzt leider auch einer hinsetzen und für jeden einzelnen Satz sagen, das ist ein positiv gemeinter Satz, das ist ein negativ gemeinter Satz, das ist ein positiv gemeinter Satz und so weiter und so weiter. Das ist unheimlich viel Arbeit. Und das können nicht nur Ingenieure leisten. Das ist teilweise, sind diese Annotationen natürlich Sachen, die von Experten gemacht werden müssen, die sich mit dem Material auskennen. Nun, ich glaube, wenn es um positive, negative Sätze geht, dann sind wir alle Experten, das können wir alle selber entscheiden. Aber es gibt andere Themen, da sind wir nicht unbedingt Experten dafür. Und da müssen halt Experten ran, um das zu machen. Das wollte ich nur schon direkt mal vorweg gesagt haben. So, der Rest ist total easy. Also der Rest ist jetzt nur noch Technik. Das ist total einfach. Das fängt an mit so einer Art Feature Extraction heißt das. Das ist total einfach. Wie ich schon sagte, da wird jeder Satz genommen und der wird einfach in einen Punkt auf einer Landkarte umgewandelt. Und wir sehen jetzt, dass dieser erste Satz, der Sushi von Sakura gestern hat, wieder ins Schwarze getroffen ist. Also ein Punkt auf dieser Landkarte, mit dem so einem blauen Kringel eingezeichnet ist. Und der andere Satz, der Film anschließend, war allerdings eher genmäßig. Der ist mit so einem roten Dreieck gekennzeichnet. Das ist auch so ein Punkt in so einer Landkarte. Und wie das funktioniert, da kann ich jetzt stundenlang darüber referieren. Das ist also nicht ganz so trivial. Aber vom Konzept her ist das eigentlich relativ einfach. Und das machen auch alle künstlichen Intelligenzmechanismen, die es gibt. Alle, ohne Ausnahme, machen sowas. In einer Form oder der anderen. Der Rest, wie ich schon sagte, ist total trivial. Das kann man also schon sehen. Die roten Dreieck, die knubbeln sich irgendwie. Und die blauen Zürge, die knubbeln sich auch irgendwie. Und da muss man jetzt einfach nur eine Landkarte entwickeln oder so eine Grenze entwickeln und sagen, so, hier ist die Grenze zwischen dem Land der Roten und hier ist die Grenze zu dem Land der Blauen. Das kann man mit dieser KI dann machen. Dann kriegt man diese Regionen, die dann einfach festgelegt werden. Und das ist es auch schon. Das ist KI. Das ist alles. Anschließend kann man das dann benutzen. Das heißt, die nächste Frage ist jetzt, wenn jetzt ein neuer Satz reinkommt, wo einer sagt, so, ich habe jetzt hier einen neuen Satz und der Satz, sagen wir mal, wäre, gestern war alles in allem ein schöner Tag. Dann ist die Frage, ist das positiv gemeint oder ist negativ gemeint? Dann wird der Algorithmus wieder angeschmissen. Der Algorithmus bildet das wieder in einen Punkt ab, in dieser Landkarte. Und da guckt man nach, wo liegt der Punkt? Liegt der in dem blauen Land oder liegt der in dem roten Land? Wenn er in dem blauen Land liegt, wie in diesem Fall, dann sagt man, der Satz ist positiv gemeint. Und das hat in diesem Fall auch relativ gut funktioniert. Und das ist auch schon alles. So funktioniert KI. Und da gibt es also fast keine Ausnahmen. Was ich dazu sagen sollte, das funktioniert jetzt nicht nur mit Texten und im Detail ist da so, ich bin jetzt über ein paar Details noch einfach so hinweggegangen, das sind schon ein paar technische Dateis dahinter, die man so ausixen muss. Aber im Prinzip funktioniert das immer gleich. Und das funktioniert nicht nur mit Sätzen oder Texten. Das funktioniert auch, wenn man jetzt Bilder als Datenpunkte nimmt. Zum Beispiel, wenn man Bilder von Katzen und Hunden hat, dann muss sich einer hinsetzen, das ist ein Bild von einer Katze, das ist ein Bild von einem Hund und so weiter. Und nicht nur 20 mal, 30 mal, 1000 mal. Dann nimmt der Algorithmus das, windet das in die Features um und so weiter, macht genauso eine Karte draus und dann, wenn ein neues Bild reinkommt, geht das genau nach dem gleichen Prinzip. Das kann man mit Audiodaten genauso machen. Wer jetzt spricht, was gesagt wird, das kann man mit Aktienkursen machen, das kann man mit allen möglichen Sachen machen, Videos, was auch immer. Das ist der KI ziemlich egal, was für einen Daten man dafür benutzt. So. Gehen wir mal zum nächsten Schritt. Wie kann man das jetzt benutzen im Bereich des Fact-Checking? Und wie gesagt, die Desinformation ist ein großes Thema und ich beschränke mich jetzt wirklich nur, wie die KI, auf den Bereich, wie die KI das Fact-Checking unterstützen kann. Das ist natürlich noch ein größeres Thema, wie wir eben gehört haben. Es gibt viele, viele Aspekte. Wir beschränken uns jetzt darauf ein. Und Caro hat eben schon dieses Diagramm gezeigt, wie das bei Korrektiv abläuft mit dem Monitoring, der Selektion Relevanz, Bewertung, Bearbeitung, Reaktion, Publikation, Distribution und so weiter und so weiter. Und da wollte ich einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wie KI da helfen kann. Beim Monitoring zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man eine Vernetzungsanalyse durchführt. Das heißt also, dass man guckt, wo ist was publiziert worden und wie ist das geteilt worden? Von welchen Leuten wird das geteilt? Und dass man aus dieser Struktur, aus diesem Netzwerk relevante Informationen abzweigen kann, wie verlässlich eine Message ist oder nicht. Das heißt, dass man damit vielleicht kein Argument machen kann, aber dazu zumindest erkennen kann, ist das etwas, was die Gefahr läuft, eine Falschmeldung darzustellen oder nicht. Und da kann man dann entscheiden, ob man das dann einem Journalisten gibt oder nicht. Das ist also eine Sache, die als Vorarbeit möglicherweise hilfreich ist. Das wird zurzeit also schon in einigen Firmen schon gemacht. Also da gibt es so erste Ansätze. Das kann man dann sogar weiterdenken. Eins des großen Problems, was wir heute angeschnitten haben, ist, dass Journalisten, das hat die Caro auch, glaube ich, gesagt, und Christine auch vielleicht, dass der Journalismus eigentlich immer hinterherhängt. Ich glaube, du hast es gesagt, die müssen immer erst das ganze Dokument alles durch. Die Faktchecker, die müssen das erstmal alles checken und das dauert Zeit. Und das ist gerade bei solchen Sachen, die sehr schnell viral gehen, natürlich ein Problem. Wenn es natürlich möglich wäre, innerhalb von Minuten schon zu entscheiden, Moment, das ist echt eine Gefahr. Diese Aussage, die jetzt gerade da geteilt wurde, ist etwas, was möglicherweise ganz schlimme Folgen haben könnte, wenn es ganz schnell geteilt wird. Das kann Journalisten nicht leisten, aber eine KI könnte möglicherweise da Frühwarnsysteme bilden, die sagt, Moment mal, pass mal auf, hier kommt was. Das hält die KI für etwas, was möglicherweise ganz große und schnelle Virealtär. Und das könnte in Minuten passieren, in Sekunden passieren möglicherweise. Das existiert noch nicht. Und das ist so eine Sache, wo es noch Probleme gibt. Und wo jetzt das Problem, wo, wenn ich über KI spreche, ist immer die Frage, wo sind die Probleme? Und da komme ich auch gleich darauf zu sprechen, weil das wieder auf dieses Ökosystem, wo ich drauf zurückkommen möchte, liegt. Machen wir ein bisschen weiter. Selektions- und Relevanzbewertung. Ein Problem, das immer existiert, ist, wenn ein neuer Claim reinkommt, dann ist die Frage, hat man den vielleicht schon mal abgearbeitet? Gibt es eine Datenbank oder haben vielleicht andere Institutionen das schon mal abgearbeitet? Gibt es eine Möglichkeit zu checken, dass ein Computer da einfach durchguckt? Haben wir diesen Claim schon mal gemacht? Das geht mittlerweile auch schon, einige Institute machen das, Organisationen machen das, aber das geht so ein bisschen oberflächlich, nur dass man so Schlagworte abgleicht und so weiter. Was momentan noch nicht geht, ist, dass man so tiefe semantische Bedeutungen vergleicht. Das heißt, wenn das jetzt nicht der gleiche Wortlaut ist, wenn das nur ähnlich formuliert ist, da hat die KI im Moment noch Schwierigkeiten mit, da wird momentan noch dran gearbeitet, aber das ist auch so eine Sache, wo das momentan mit der KI noch nicht so richtig funktioniert. Bearbeitung und Reaktion, Redaktion, da haben wir eben schon Beispiele gesehen, Bilderrückwärtssuche ist eine Sache, die eigentlich KI involviert. Da gibt es, ich habe mir ja nur eine Liste gemacht, Moment, jetzt habe ich gerade meine eigenen Beispiele vergessen, ich werde mal gerade gucken hier. Erkennen von Deepfakes kam auch, wenn irgendwas manipuliert wird, das kann eine KI sehr, sehr einfach und sehr gut machen. Schreibstilanalyse, das heißt, eine KI kann relativ gut herausfinden, ob ein Text vielleicht in einem sachlichen Ton geschrieben ist oder in einem polemischen Ton. Das ist natürlich für trainierte Journalisten, die können das selber erkennen, aber wenn wir eben schon darüber gesprochen haben, dass wir vielleicht Crowdworker mit einbeziehen wollen, und das ist das vielleicht für Leute, die jetzt nicht ausgebildete Journalisten sind, schon ein bisschen schwieriger und wenn dann so ein Assistenzsystem sagen können, hör mal, der Satz klingt verdächtig, polemisch oder dass man das schon mal so Highlight machen könnte, das wäre auch schon hilfreich. Was noch nicht geht, was natürlich auch cool wäre, wäre ein selbsttätiges Finden von Primärquellen, das heißt, wenn man also einen Claim reinkriegt, dass die KI einem direkt sagt, die und die und die, Primärquellen kannst du direkt mal anrufen oder sonst irgendwas, alles machbar, theoretisch geht im Moment noch nicht, also das ist so eine Sache, das ist sonst relativ schwierig und warum das schwierig ist, komme ich gleich noch drauf zu sprechen und dann sogar im Bereich der Publikation, also es geht dann darum, wenn man also die ganzen Informationen gesammelt hat und dann in einen Text, in einen Factcheck zusammenfassen möchte, das könnte man auch durch KI machen lassen, ich glaube, einige Journalisten sind da vielleicht böse, wenn ich das einfach so sage, die KI hat tatsächlich die Möglichkeit, Texte zu generieren und diese Texte sind natürlich jetzt nicht unbedingt auf literarischer Qualität, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber für bestimmte einfache Grundstrukturen könnte auch eine KI wahrscheinlich mit Sicherheit nicht so gut wie ein Journalist, aber einen hinreichenden Text, der die wichtigen Punkte zusammensammelt, auch selbsttätig erstellen und es geht darum wieder, wie ich eben schon gesagt habe, es geht darum, das Problem zu skalieren, es geht darum, Möglichkeiten zu schaffen, Journalisten die Möglichkeit zu geben, sich auf das Wesentliche zu beschränken und vielleicht dann von der KI andere Sachen einfach ablocken zu lassen, die man dann auf die Art und Weise automatisieren kann und auf die Art und Weise auch einen Effekt erzielen kann und da wäre das auch wichtig. Gut, wo sind die Engpässe? Und da ist jetzt ganz gut, dass ich eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen habe, wie KI funktioniert, also das sind diese fünf Schritte, Sammeln von Trainingsdaten, Annotation von Trainingsdaten, Extraktion von Features, Maschinelles Learnen und dann die Inferenz, das heißt also die Anwendung und wenn ich da jetzt mal mit so einem Color Code drüberlegen würde, was ist jetzt schwierig oder in dem Bereich Fact-Checking, dann sieht das Bild ungefähr so aus. Der letzte Schritt, der ist in grün, Inferenz, Automatische Annotationen, das ist total easy, das ist überhaupt, da gibt es gar keine Probleme, da brauche ich gar nicht drüber zu sprechen, wenn es über die Extraktion von Features und maschinellem Lernen geht, naja, das ist jetzt so ein Gelb, da könnte man mit Sicherheit auch ein bisschen dran arbeiten, aber Ingenieure haben in dem Bereich schon sehr leistungsstarke Verfahren entwickelt, die da Sachen machen können, wo ich glaube, die wesentlichen Grundkomponenten existieren schon. Aber die beiden Sachen, die jetzt hier in orange und rot dargestellt sind, das ist einmal das Sammeln von Trainingsdaten, das heißt also die Kollektion von Daten und wenn ich sage, Kollektion von Daten, nicht nur, dass man Daten kriegt, weil Daten kommen aus uns aus den Ohren raus, seit dem Internet ist es also so, dass wir Daten, Daten überall haben, also man kann quasi Gigabytes von Daten runterladen, das ist nicht das Problem, wenn es um das Sammeln von Daten geht, geht es um das Sammeln von qualitativ hochwertigen Daten, das ist natürlich eine Sache, die dann wieder entschieden werden muss und da, wo die Scheune richtig brennt, das ist in Schritt zwei, das ist die Annotation. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn man einfach nur Daten sammelt und die einem Computer vor die Füße wirft, dann sagt der Computer, das ist schön, aber was soll ich damit? Und das heißt, man muss also wirklich die Zeit sich nehmen, diese Annotationen zu generieren, das heißt für jedes Stück von Information, das man dem Computer gibt, jedes Bild, jeden Text, jeden Satz, da muss dann eine Annotation dahinter kommen, die sagt, das ist das gemeint, das sollst du davon lernen und das sollst du davon lernen und das ist momentan innerhalb von Deutschland, wenn es um Fact-Checking und KI geht, eine totale Katastrophe. Da existiert noch gar nichts, da gibt es also fast gar keine Datensätze, die das leisten im Moment und deswegen bin ich auch super happy, dass ich hier sein darf und das einfach mal erzählen kann. Wenn Sie also in der Lage sind, als Journalist irgendwo zu arbeiten und sehen, dass es da Möglichkeiten gibt, Daten mit uns zu teilen, wären wir natürlich ausgesprochen froh darum, weil das also wirklich eines der wichtigen Sachen ist und da möchte ich ganz kurz ganz am Ende, oh, wir sind doch fast schon am Ende der Zeit, sorry, auf den Beginn meines kurzen Vortrags zurückkommen, die Frage dieses Ökosystems, wie ich schon gesagt habe, KI braucht ein Ökosystem von Kollaboration, was Schritte 1 und 2 beinhaltet, das können keine Ingenieure leisten, das kann man nur kollaborativ mit den Experten in dem Bereich, in dem man arbeiten möchte, leisten und das wären in diesem Fall vom Chatting natürlich die Journalisten. Natürlich wollen wir nicht, dass sich Journalisten da stundenlang hinsetzen und Sachen annotieren, aber viele von dem, was wir als Annotationen ansehen würden, sind Sachen, die im journalistischen Alltag sowieso schon anfallen, ganz normale Sachen, die werden halt nur nicht registriert, die werden nicht aufgeschrieben und so weiter, wenn es möglich wäre, das irgendwie zur Verfügung zu stellen in einer gewissen Form, das würde diese Möglichkeiten dann dramatisch erhöhen. Also wie gesagt, das ist eigentlich der große Engpass. Und jetzt komme ich zu meinem Abschlusssatz, bevor ich abgewürgt werde. Wenn es gelingt, Journalisten, Fact-Chack- und Nachrichtenorganisationen, Daten- und Serviceorganisationen, Programmierer und Ingenieure an einen Tisch zu bringen, dann bestehen gute Chancen, dass KI sehr effektiv helfen wird, Desinformationen zu entschärfen. Vielen Dank für diesen positiven Ausblick. Ich werte jetzt diesen Tisch hier schon mal als Anfang für dieses Zielbild. Und bevor ich quasi nochmal hier für Fragen öffne, würde ich gerne einmal den Elefant ansprechen, der aus meiner Sicht schon hier ganz, ganz groß im Raum steht und auch schon mehrfach angeklungen ist. Nämlich, wir geben uns jetzt alle sehr viel Mühe, über die Möglichkeiten zu sprechen, über Technologien, über Crowdsourcing und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich, bekämpft man damit nicht eigentlich ein Symptom, wo man auch die Ursache bekämpfen könnte? Hätte man da die Plattform mit im Boot und würde dieses Problem, das man, was du auch häufiger angesprochen hast, nämlich diese unglaubliche Verbreitung, basierend auf eben den Zielfaktoren, Zielfunktionen der Plattform und der Tatsache, dass Desinformation häufig negativ konnotiert wird, also ist da nicht eigentlich der große Hebel und wir hühnern gerade die ganze Zeit quasi im Ergebnis rum und versuchen den Heuhaufen aufzuräumen. Was sagt ihr dazu? Also ihr arbeitet ja auch mit Plattformen zusammen, mir ist schon klar, dass ihr möglicherweise Verträge habt, aber ja, bestimmt ja auch eine Meinung. Ja, wir arbeiten nicht ohne Vertrag. Aber die Antwort ist klar, nein, die Plattformen tun nicht genug. Facebook hat das bekannteste und größte Faktencheck-Programm. auch das hat natürlich Schwächen, wie das geht ja gar nicht anders bei so einem großen Programm, ist aber im Vergleich zu anderen Plattformen, muss man sagen, immerhin tun sie was. Caro kann das ganz anders sehen als ich, aber widerspricht mir dann gerne. Bei anderen ist das nicht so und aus meiner Sicht steigt auch nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, dass andere sich anschließen im Moment. LinkedIn, also Microsoft zum Beispiel, hat jetzt gerade, war ein Bloomberg-Bericht, will in eine andere Richtung gehen. Die wollen nicht Postings als falsch labeln, weil sie Angst haben, dass ihnen Zensur vorgeworfen wird. Und dieses Labeling, also die Sachen werden nicht gelöscht. Wir sind auch dagegen, Dinge einfach zu löschen, unbegründet, sondern das Konzept Counter-Speech, da steht was, was nicht wahr ist. Wir sagen dir, was wahr ist und warum es wahr ist, wie wir dazu gekommen sind. Das ist das Konzept, hinter dem wir stehen. Das gerät aber politisch sehr unter Druck. TikTok hat ein Fakten-Tech-Programm, das ist im Wachsen. Damit versuchen sie auch gerade an die Öffentlichkeit mehr zu gehen. Andere machen nichts. YouTube zum Beispiel ist eines dieser Beispiele, über das Fakten-Checker sehr gerne sprechen. Da könnte man viel tun. Ja, genau. Zum Beispiel so einen kleinen Hinweis, dann, sorry, das ist gerade totaler Quatsch, das Video, das du dir gleich anguckst. Wir schalten aber trotzdem Werbung davor, damit der Sender auch noch Geld damit verdient. So ungefähr. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das wäre schön, wenn wir jetzt so ein bisschen Kontroverse hier hätten, aber ich glaube, dass wir uns so in der Meinung zu Desinformationen wahrscheinlich relativ einig sind und ich glaube, einig sind und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sind. Und das ist jetzt keine offizielle Korrektivmeinung, aber ich glaube, da besteht bei vielen Faktencheck-Organisationen auch außerhalb von Deutschland recht große Einigkeit, dass das zwar schön ist, dass Facebook was macht und Facebook zum Teil uns ja auch dafür bezahlt, dass es letztlich aber zum einen ein Tropfen auf den heißen Stein ist und wenn man schaut, was die Plattformen halt an Gesamtressourcen haben, eigentlich ein totaler Witz ist und man da, glaube ich, sehr deutlich sieht, was da die Prioritäten sind und genau, das ist der eine Aspekt und das andere ist halt auch die Frage, warum machen die das denn? Es wird sicherlich bei Facebook, bei Meta, bei anderen Plattformen Leute geben, die sich Gedanken machen um Desinformationen und Spaltung und so weiter, aber es stehen natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter, die bei den Plattformen, glaube ich, noch mehr im Vordergrund sind einfach und das andere, glaube ich, was viele dieser Initiativen, die halt gemacht werden und das stimmt, dann nehmen wir jetzt einfach mal Facebook, ist, glaube ich, auch viel Window-Dressing, weil es halt auch eine gewisse Sorge um Regulatorik gibt. So nach dem Motto, wir machen hier mal ein bisschen Selbstregulierung und lagern das am besten auch noch an andere Leute aus, weil wenn es dann Kritik an den Urteilen gibt, dann landet das nicht bei uns, sondern dann haben wir das ein bisschen outgesourced und dann können das die Faktencheck-Organisationen im Zweifelsfall für uns ausdiskutieren. Ist halt, was man dann Fact-Washing nennt und im Zweifelsfall halt auch eine Maßnahme ist, um zu schauen, okay, wie kann ich mich Regulierung entziehen? und das ist jetzt dann nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ich meine, sich der Regulierung zu entziehen, ist halt das eine, aber das andere ist halt auch, dass wir halt ein großes gewachsenes System haben, das letztlich privatwirtschaftlich ist und jetzt nicht so was, ich meine, wir haben halt keine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform und das ist halt auch, glaube ich, für die Regulatoren einfach eine Riesenherausforderung ist, diesem Problem überhaupt beizukommen. Wie gesagt, da müsste jetzt besser vielleicht Tobias Gostomczyk hier ein anderer unserer Projektpartner von NoFake sitzen, der könnte da mehr und qualifizierter darüber reden, aber wir haben wahrscheinlich alle jetzt irgendwie schon mal vom DSA gehört und so und es ist halt einfach nicht leicht, einem regulatorisch überhaupt auch beizukommen und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir halt so Selbstregulierungsmechanismen haben, wie zum Beispiel Faktenchecks und dann halt auch Gesetzgebungen und so weiter, dass wir da auch in dem Bereich möglichst zusammen an einen Tisch kommen. Ja, und da wollte ich noch darauf hinweisen, also du hattest ja auch gesagt, Media und Information Literacy ist auch so ein Aspekt, der natürlich so ein bisschen aus dem Crowdsourcing rauskommen kann. Das halte ich also auch für eine Sache, wo möglicherweise was passiert und ich glaube, das wäre das, wo du sagst, Christina sagt, an den Ursachen kämpfen. Was bei uns in den USA, an den Unis auch langsam passiert, ist, dass mehr und mehr Professoren merken, dass man den Studenten vielleicht auch ein bisschen was Media Literacy und Information Literacy beibringen muss. Das heißt, dass sie nicht nur Ingenieurskurse lernen, wie bei uns, sondern dass man da auch jetzt Kurse anbietet, wo man den Studenten ein bisschen was in dieser Hinsicht beibringt, sie auch auffordert, kritisch mal Nachrichten nachzugehen und so weiter. Und wenn man das breitflächiger in Schulen und auch den Universitäten betreiben würde, dass man so ein bisschen aus dem Tunneldenken rauskommt, das fände ich auch eine Möglichkeit, die vielleicht nicht so besonders auf dem Radar ist. Auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und bevor wir hier noch mehr überziehen, denn ich weiß, der Raum muss einmal noch durchgelüftet werden, bevor die Luft hier anderweitig wieder weiter veratmet wird, gibt es noch dringende Nachfragen aus dem Publikum oder überhaupt Nachfragen? Ja, bitte. Haben wir da ein Mikro, was einmal durchgereicht werden kann? Ansonsten würde ich die Frage wiederholen. Ja, es ist auf dem Weg. Sehr schön. Ganz kurze Frage an Caro. Und zwar, ihr habt die Förderung vom Bildungsministerium bekommen. Bevor ihr den Antrag auf Drittmüllförderung gestellt habt, habt ihr bei den Plattformen angefragt? Und wenn ja, was war die Antwort? Ob sie euch unterstützen? Also ich bin sozusagen auf der sicheren Seite. Ich bin erst zum Projekt dazu gestoßen, als die Finanzierung schon da war. Und war bei dem Antrag nicht dabei. Soweit ich weiß, ist es nicht so gelaufen. Ich weiß nicht, Robert, das kannst du fast besser sagen, dass wir auf Plattformen zugegangen sind für die Finanzierung. Sondern es war eher so, das BMBF hat eine Förderlinie ausgeschrieben. Wir sind auch nur eins von acht Projekten, wo es halt umgehen soll gegen Maßnahmen, gegen Desinformationen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis. Wir sind halt der Praxispartner im Projekt und dann soll es auch um Algorithmen gehen. Und das war, das ging von Dorothea Kolossa aus. Die hat dann sozusagen die Verbundpartner angesprochen und dann haben wir uns halt sozusagen auf die Förderung gezielt beworben. Es gibt noch einen anderen Kontext, in dem aber die Plattformen auch mit zumindest ein bisschen involviert sind. Vielleicht ist das jetzt ganz interessant. Das European Monitoring Observatory, ETMO, Digital Media Observatory. Und zwar geht es darum, da sozusagen Fact-Checking-Organisationen zusammenzuschließen europaweit und da gibt es zum Beispiel auch eine Working Group, wo die Unternehmen tatsächlich auch selber mit drin sitzen. Das heißt, da geht es dann eben um den Zugang zum Beispiel zu Daten für Forschung und sie tun da durchaus was und entwickeln Codes of Conducts mit, wo es dann um Datenzugang geht. Aber wie belastbar das am Ende ist, das müssen wir dann nochmal rausfinden. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich sehe keine Hand mehr, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für das große Interesse und dass ihr alle hier wart und jetzt noch einen sehr, sehr spannenden Konferenztag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.